Musik24 und der Verein Volks- und Schlagermusikfreunde laden zur grossen TV-Aufzeichnung ein. Marcello Alexander präsentiert Claudia Jung Smith-Ebner-Trio Andrea Wirth Ueli Bodema Mandy Bischof Heli Kumpusch Roger Devin Trina Späth Yolanda Alpon Quartett Zurental Und die legendäre Kapelle Oberalp Am Samstag, 21. März 2020 im Hotel Sunne in Raiden, Kanton Luzern. Ein riesiger Strauss an musikalischer Vielfalt aus der Schweiz, aus Österreich und Deutschland sorgt für unvergessliche Stunden. Der Kapellmeister Arno Jehle präsentiert mit der Kapelle Oberalp echte, traditionelle Schweizer Musik. Das Alpon Quartett Zurental sorgt für Gänsehaut, wenn sie mit ihren Alphörnern das Heimatgefühl von den Zuhörern wecken. Jolanda All ihre Lieder hat sie selber geschrieben. Sie wird ihren neuesten Titel vorstellen. Trina Späth Der Kaip-Tipp am deutschen Schlagerhimmel. Mit modernem Popping am Schlagen versprüht sie Lebenslust und begeistert. Der Roger De Wind ist seit vielen Jahren mit seiner Musik an unzähligen Musikveranstaltungen unterwegs. Er wird auch bei der TV-Aufzeichnung von Musik24 seine Hits präsentieren. Das letzte Adieu Wir geben uns frei Komponist, Musiker und Produzent Der Helikon Pusch Auch er ist bei dieser Aufzeichnung dabei. Er verzaubert mit seiner Trompeten und musikalischer Vielfalt. Blumen im Wind Ja, der Mandy Bischof, er ist unterwegs zu Neuenhofen. Neue Musiktitel sind in der Arbeit. Und etwas davon wird an dieser Fernsehaufzeichnung Premiere feiern. Wir brauchen die Freiheit, um nicht zu vergehen. Ueli Wodemann, da grönt einem Superlativ aus. Er ist das, was einen echten Musiker ausmacht. Multi-Instrumentalist, Komponist, Texte und Unterhalter in einer Person. Auch er ist am Abend dabei. Sie ist aktuell die Stimme der Schweizer Volksmusik. Andrea Wirt. Heimat verbunden, traditionell und 100% echt. Einfach noch schön ihre Lieder. Sie kommen von der Steiermark Österreich und sind Gewinner vom internationalen Musikwettbewerb AS-DVS 2019. Mit Clara als Vizeweltmeisterin auf der steirischen Harmonika begleitet von ihren zwei Brüdern Bruno und Felix geht es auch richtig die Post ab. Nur du, nur du, alles was ich brauche, bist du. Und dann Claudia Jung. Den Inbegriff verschlagen, wie man ihn über Jahrzehnte kennt. Sie wird einige von ihren unvergesslichen Erfolgstiteln, aber auch Neues vorstellen. Nur du. Ein krönenderen Abschluss für die Fernsehaufzeichnung, wo wie immer von Marcello Alexander mit viel Witz moderiert wird. Nur du. Alles was ich brauche, bist du. Komm und bedien dich bei mir, denn mein Herz und was das... Marcello Alexander wird natürlich ebenfalls einige Lieder zum Besten geben. Lied dich bei mir, denn ich weiss, ich werde mit dir im Himmel sein. Bis dabei am Samstag, 21. März 2020, bei der grossen Fernsehaufzeichnung von Musik24. Jetzt im Platz reservieren, telefonisch unter 062-797-8758. Oder ganz einfach an jeder Postelle und im Internet auf Ticketino. Es hat Platz, solange es hat. Jetzt im Platz reservieren, telefonisch unter 062-797-8758. Es hat Platz, solange es hat. Wir freuen uns auf dich.